GEM HANDS UP! Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Auflauf von mir zu Minecraft TNT1 und ja, liebe Leute, ich habe euch ja gesagt, dass wir wahrscheinlich in der nächsten Folge irgendwie der anderen Modus spielen, ich habe ja gesagt, Bad Wars, Sky Wars aber ich habe heute mal was anderes ausgesucht, nämlich Minecraft TNT1 und ich hoffe, dass das auch so geil wird ich habe jetzt diesmal kein Texturenpaket drin, ich bin jetzt noch am tüchtig suchen wir spielen halt TNT1 sooo, da sind wir auch ich bin gespannt, wie das aussieht wie das jetzt hier abgeht und ja ich habe halt ein bisschen Zeitdruck, weil ich bin halt mit den mit den Jungs eigentlich schon noch verabredet und und ja wir wollten eigentlich, äh, was heute spielen keine Ahnung, wo ich nicht mehr mit den Jungs scheiße Mist sooo geil oh, ich sitze zwar jetzt schon seit zwei Stunden und versuche tch irgendwas, äh oh verdammt nein tut na gut, dann, ähm würde ich kurz ne halt slash top eingeben und dann spielen wir gleich noch ne Runde mehrere Runden ich habe mir, äh einen Timer gestellt und deswegen weiß ich, dass, äh jetzt diese Michael Folgen plus 15 Minuten lange ich mach mal kurz das Lanz dazu und da bin ich auch wieder juhu so weiter TNT1 los geht's ich würde halt jetzt jeden Modus wir mal austesten wollen und ja also und auch inzwischen Zeit, wo wir jetzt hier ein bisschen TNT1 machen möchte ich euch was vorstellen nämlich BAM ihr seht's bestimmt jetzt hier ein schönes Bild von meinem eigenen Discord liebe Freunde ich habe mir einen Discord schon seit ja ich sitze jetzt schon seit einer Woche an dem Discord dran und versuche den halt so ein bisschen einzurichten für euch und nein nein einfach runter, äh und ja jetzt bin ich hier grad voll runter gesprungen ich hab halt Doppelsprung und ein bisschen fliegen und ja also ihr könnt da gerne reinkommen ihr könnt der Link ist unten in der Beschreibung und ja da könnt ihr halt sehen äh ob Videos kommen da hab ich halt so eigentlich ähm ähm ah man Befehle eingetragen und die könnt ihr halt dann auch eintippen dann könnt ihr halt sehen äh zum Beispiel na gut das wird euch halt dann auch mein Bot dann sagen wenn ihr da reintretet aber mehr wollte ich euch jetzt noch nicht wegnehmen von dem Discord ihr könnt halt noch gerne weiter gucken und ja einfach unten in die Beschreibung einfach auf den Link klicken und dann seid ihr im Discord und ja ich würde jetzt einfach weitermachen juhu voll Lust drauf da 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 das ist so oh na ganz klasse juhu na gut dann müssen wir jetzt gucken ich würde das jetzt hier machen zack nein ich bleib lieber bissel so hier an der Ecke scheiße äh Mist verdammt nein nein hätte direkt runtergefallen und ja eigentlich müsst ihr eigentlich schon den Jungs dann halt aufnehmen aber mir fehlen halt noch ein paar Minecraft Folgen sonst habt ihr dann nächste Woche also ich nehm das jetzt grad am Donnerstag auf und die Folge müsstet ihr jetzt am am Montag sehen wollte halt er so ja machen so äh dass jetzt immer ein Tag frei ist und und woche Ende dann äh nichts kommt oh Gott nein verdammt also muss man mal gucken wie wir das halt so machen ups ich wollte halt äh das Wochenende keine Videos hochladen und ja wir wissen wer hat ja Spaß hier unten um möchte ein bisschen ich würde es ja so ausmachen für sich ja nicht und auf alle so vielleicht so langsam wie möglich Nein 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 Manu Also Discord, könnt ihr halt gerne reinkommen, da würde ich mich freuen Und ja Verdammt Verdammt Ich habe auch mal Lust auf Mario Party Auf jeden Fall Na vielleicht Kommt das nächste Folge mal Für euch So Und dann spielen wir halt wieder eine Runde TNT One Also ich finde das jetzt Äh Nicht so Kann man halt spielen wenn man Lust hat Aber ich finde das halt jetzt nicht so spannend Aber ich würde ja bloß testen Und wenn ihr es vielleicht Wenn ihr es halt vielleicht gefällt Euch gefällt Ja Wenn es euch gefällt Könnt ihr es ja gerne mehr mitteilen Dann kommt vielleicht mehr von solchen Folgen Dann kommt vielleicht mehr von solchen Folgen oder so Und den Modus hier Und ja Ja Wir haben halt hier den Ja Ja Ich kann halt für so eine kurze Zeit fliegen Das war jetzt sehr drücken von mir grad Ach ich sehe da auch grad was Ah Ich hab auch Doppelsprecher Und das wollen die glaub ich Kann grad schlecht stehen bleiben Weil Ich hab verfolgt von hinten Das ist halt nicht so geil Ich kann es euch gleich zeigen Wenn wir jetzt irgendwann tot sind Was ich nicht hoffe Ah ich so gucken wir da mal hier schon lang Ah ich so gucken wir da mal hier schon lang Es tropft wieder bei mir Und ich kann nichts machen Es tropft auf die Laptop Ah wir kommen jetzt ja so schön durch Ich hätte nichts sagen dürfen Aber ich kann jetzt so schön durch Ich hätte nichts sagen dürfen Oh 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 Ja ja ganz 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 gefährlich weil ich habe leider keine doppel springen mehr relativ weit unten nein ich bin also passt auf leute hier sind die doppelsprünge da so dann gehen wir wieder zurück zu und machen halt noch ein paar runden den tier an ihr könnt wer schreiben wie findet ihr den modus schreibt gerne mal unten in die kommentare vielleicht gefällt euch der modus viel mehr als mörder mystery ich würde mörder die mussten vorzunehmen so dass wir sind die europäische ich bleibe noch ein bisschen hier ich versuche trotzdem ein bisschen zu rennen ja genau ups auf er hat keine merken kommt jetzt am morgen noch eine also sind jetzt alle die folgen die jetzt ihr seht die sind alle schon vor aufgenommen die waren halt dann so zeitplanmäßig dann für euch zur verfügung stehen am montag ein neues video wieder und dann am dienstag kein sondern mittwoch am donnerstag keins am freitag verdammte hacke und am wochein halt gar nicht gar nicht und hopp noch mal zurück in den ho und ja dann ja, wir schaffen wahrscheinlich noch eine Runde dann liegt die Brücke schon vorbei ich will jetzt einfach mal gewinnen, mal gucken, ob wir es schaffen ich bin gespannt, ob es wir es schaffen jetzt geht es gleich los ich wollte ja so ein bisschen am Rand bleiben oh aller dieser Partikel überall die Brücke, ja, das Spiel zum Leggen nein, 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 jetzt kommt mit dem los nein, nein, jetzt bleibt halt stehen nein, oh Gott ich möchte jetzt versuchen, dass ich, äh, dass wir gewinnen nein, oh mein Gott die Kacke Lück da die Kacke Lück, das ist eine Kacke Lück oh man, Hashtag Kacke Lück habe ich jetzt auch für euch die Kacke Lück, das ist eine Kacke Lück eine Sekunde, ich habe schon gepausiert eine Sekunde, aber ich will das jetzt auch schaffen ja, das war jetzt kein Zufall also, das war einfach Blödheit ich will da nicht runterspringen also, liebe Freunde, dann, was ist das für heute für die wundervolle Folge Minecraft und dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat dann lasst doch gerne, wenn ihr möchtet liebe Freunde, wenn ihr möchtet einen Daumen da ein Kommentar und aber das wirklich, wenn ihr wirklich möchtet und mich unterstützen wollt dann gerne ein Abo und dann sage ich bis zum nächsten Mal euer Propel Tschüss